Oh, a lonely rat roguing rogue. Das, ladies and gentlemen, ist der Deathrattle Rogue. Den finde ich eigentlich ganz geil. Also der macht super viel Spaß. Und der kann auch mega eskalieren. Guck mal, was mit dem Deck geht. Ja, the pleasure ist auch mein. Das ist ja witzig. Okay, und shift face. Sure. Können wir den rauscoinen? Will ich das? Ich glaube nicht. Ja, das geht jetzt aber klar. Der muss halt ziemlich wegmachen. You have made an unwise decision. Unwise decision, Fuster, Digger. Nächste Schnapszahl erreicht. Auf weitere tolle Monat. Dankeschön, Fuster, für 44. Mann. Dankeschön. Wir wollen hier gar keinen card draw. Wir wollen hier eigentlich nur das Eck draußen haben, damit wir im nächsten Turn direkt weg rumschwingen können. Okay. Prep, enter. Fan of mine. Junge, Junge, da geht in die Vollen. Oh, ehrlich gesagt finde ich es auf dem Welp noch viel geiler. Necrium auf dem Welp ist halt völlig insane. Das ist ein Turn 6, 2, 7, 7er. Was ist 4 Mana 7, 7, wenn du Turn 6, 2, 7, 7er haben kannst? Ist das, wenn er den jetzt nicht silenced oder sapet oder irgendwie anders, anderweitig wegmacht? Ist der ziemlich im Arsch. Und er ist im Arsch. Ich könnte aber auch einfach jetzt Sillyx spielen. Finde ich Sillyx hier besser? Sillyx kann ich ja eigentlich gar nicht besser sein. Ich mein, das sind, actually, actually sind das in Turn 6, 3, 7, 7er. Das ist Balanced. Das ist Balanced. Scheiß auf 4 Mana 7, 7, 6 Mana 3, 7, 7. Also quasi 6 Mana 21, 21. So. So muss man das Ding spielen. Das ist broken. Das ist völlig broken. Holy shit, man. Und da das jetzt auch noch Mech ist, hat das auch noch Sillyx-Potential. Was machst du da eigentlich noch? Alter Verwalter. Da machst du gar nichts mehr. Game over, oder? Mein Vanish würde ihm ein bisschen was bringen. Hat er aber gar nicht. Dann. Ach, ist das nicht so ein Maligos Rogue? Das ist ein Maligos Rogue. Habe ich nicht gerade gesagt, spielt nicht Maligos Rogue? Ja, das ist die Strafe. Volle Kanne ins Gesicht. Ja, das war Maligos Rogue. Lustig. Er spielt alles runter. Ja, das ist bitter. Alter, das ist bitter. Turn 6, 21, 21. Ja. Das war das Hearthstone-Highlight für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine positive Bewertung da, wenn dem so ist. Und schreibt mir natürlich eure Meinung zum Match unten in die Kommentare. An der Stelle möchte ich mich bitte in der drüben eingeblendeten finanziellen Supportin bedanken. Vielen lieben Dank, dass ich es mir möglich mache, diese Hearthstone-Videos hier zu produzieren. Falls sich jemand dieser Liste anschließen möchte, klickt einfach mal rechts oben oder unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch alle Links zu meinen Social Media Kanälen, falls ihr mir auf Twitter oder Instagram folgen wollt, um mehr von mir außerhalb von YouTube zu sehen. Ansonsten lasst auf jeden Fall ein Abo auf dem Kanal da und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, denn nur dann landen die neuen Hearthstone-Highlights auch in eurer Abo-Box. Oder checkt die beiden Videos aus, falls ihr sie noch nicht kennt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Hearthstone-Highlight.